Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF, 2020 Warum haben wir hier eine Major-Aquaintance letztendlich gegründet? So did heit. Das ist die Wahrheit! Seht ihr immer langsam! Wie am I? Was ist das all about? Hey! 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 Sieh da! Unterlassen Sie das auf der Stelle! Ah! Oh my... Bless her. She's got scared, right? Bleiben Sie wo Sie sind! Ich kümmere mich sofort um Sie! Was ist das? 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 Problem mit der Polizei in Paris? Gut, Paris und Brüssel. Und vielleicht auch in Köln. Unser nächster Verbündete erwartet uns in einem Pub in der Nähe. Gehen wir. Zweifellos hat die Polizei schon ihre Spitze vor Ort. Ich warte hier, bis die Luft rein ist. Komm her. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Das war's für mich. Ich habe etwas Arbeit für dich. Ich bin aber... Oh, this one's brown bread. There's a bloody murderer! Hey, gleich komme ich da rüber! Ihr könnt dann gehen! Ich möchte nicht noch einmal darüber reden lassen. Was? Das ist ein bloody murderer! Sieh da, Miss! Keine Bewegung! Ich muss mit Ihnen reden! Das wird böse für dich enden! Riesenfehler gemacht! Habt ihr das gehört? Da ist sie! Angreifen! Oh! Das, was Sie dann stehen! Die Probleme mit der Polizei in Paris? Gut, Paris und Brüssel. Und vielleicht auch in Köln. Und vielleicht auch in Köln. Ich warte hier, bis die Luft rein ist. Das ist die Frage. Ja! ich hab's gehört Aber nur eine. Kill me. Oh, ich hab den Falkisch. Haha. Was zum Teufel war, Max? Was war das? I think we need a breakfast tomorrow. Ich seh mal lieber nach. Das wird wohl bloß die Katze sein. Es war eine unglaubliche Zeitverschwendung. Ich hab Besseres zu tun. Wir sind fertig. Ich bin viel beschäftigt, aber nein. Der übliche Ort. In einer Stunde. Ich komme, Mr. Mark, Sir. Ich glaube, unsere Arbeit hier ist ein Krups. Haben Sie etwas gesehen? Kommen Sie, verschwinden wir und gehen zu dem Treffen. Ich weiß, Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Nun... Wie ich sagte, Max wird hier sein. Hat es mir selbst gesagt. Und jetzt zu meiner Bezahlung. Du kriegst deine 30 Silberlinge. Keine Sorge. Es scheint, die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Schrei und es wäre dein letzter. Was haben wir hier? Was ist passiert? Wo sind sie oder tapen? Was sind denn da? Wo sind die Verhandlungen gegangen? Ich sie sollte mit der İnkont Phillipen nicht eigentlich besser rollen. Was bin ichksam? ución? Was bin ich dabei? Wo sind jetzt? Um... Gehen? Für mich знаем, du 기 Bodkä in Dahlen. Durch mich inspectorいる zu 34 to 5,5 max. Simon, mein Freund, was bringt dich dazu, so etwas zu tun? Hat sich die Partei nicht um dich gekümmert? Der Leiter der Mühle sagt, jeder, der in die Gewerkschaft geht, hat am nächsten Tag keine Arbeit mehr. Wie lange wird die Partei meine Familie denn durchfüttern? Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir verloren. Du brichst mir das Herz, Simon. Bitte, geh. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, Sie unterstützen unseren Kampf weiter, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.